Amoroso, Amoroso, keine Spitzeschön wie Amoroso. Torschützenkönig in Brasilien, in Japan und in Italien. Mit diesem Etikett wechselt Marcio Amoroso 2001 aus Parma nach Dortmund. Mit einer Ablöse von 25,5 Millionen Euro als bis dahin teuerster Bundesliga-Transfer. Mit der Bundesliga-Torschützenkönig in Europa und Borussia. Und der erste Südamerikaner in der Geschichte der Bundesliga war Torschützenkönig. Den Grundstein dafür legt er bereits am ersten Spieltag mit einem Doppelpack gegen Nürnberg. Der perfekte Einstand. Ursprung war gegen Nürnberg. Der erste Spiel war ein Spiel gegen Kohler in der Bühne. Wenn Kohler rastetete, wusste ich es in der Fangenheit. Dann kam der Seite des Mischel, der es nur in der Gлавel. Der zweite Spiel war erwartijo von Ivan Nielsen und die Köhler zu subieren. und ich habe den zweiten Ball in meinem Spiel gemacht. Es war eine sehr wichtige Spiel für mich, weil man die erste Mal die Borussia-Borussia-Kamise auf dem Stadion für 80.000 Personen hat. Für mich war das Anfang einer sehr wichtige Trajektorie in der Zeit. Am Saisonende ist Amoroso mit 18 Toren der treffsicherste Knipser einer großartigen Mannschaft und veredelt damit die Arbeit seiner nicht minder brillanten Kollegen. Und so gibt es am letzten Spieltag gegen Werder Bremen tatsächlich die Chance auf ein Happy End. Nach der Bremer Führung ist es Amoroso, der für Koller zum Ausgleich auflegt. Dann wird es ein unvergesslicher Krimi. Er hat sich auch eine Angelegenheit mit dem Angelegenheit. Er hat sich eine Angelegenheit mit dem Angelegenheit. Und dann, mit dem Everton geplanten, dass wir den Everton geplant haben, weil wir den Everton geplanten haben, dass wir die Angelegenheit haben. Und der Everton war glücklich, mit dem Angelegenheit, mit dem Angelegenheit, sehr wichtig für uns, und für den Borussia-Bürttemberg. Das ist eine unglaubliche Gefühl. In den beiden folgenden Spielzeiten setzen ihn Achilles-Szenenprobleme und eine Innenbandverletzung jeweils längere Zeit außer Gefecht. und der CVB wird dadurch leider von einigen Misstönen begleitet. Es ist eine Situation, die zurückgekehrt wurde und heute zurückgekehrt, immer die Möglichkeit zu spielen, durch die Legends zu spielen. Das bedeutet, dass ein Legado, ein Teil der Legends zu spielen, das bedeutet, dass alles gut ist. Erst mit 42 Jahren beendet er seine aktive Karriere. Für 13 Vereine in acht Ländern ist er auf Torejagd gegangen. Das ist die Gegend. Diegueilung ohne Maklinge im Betriebe ist weltweit. Die Vorsicht sind die weit weggekehrt, die Eure und Weckber im Grunde zu verabschieden, die ist ihm vermutlich zu beides. Die Borussia hat diese Möglichkeit, Er hat die Möglichkeit, alle Fähigkeiten zu haben, 100% in jedem Spiel zu sein. Seine Besuche in Deutschland sind selten geworden. Der 48-Jährige ist in seiner Heimat ausgelastet. Auch wenn ich im Brasil wohne, mein Sport heute sind zwei. Tennis und Beat Tennis. Ich habe drei Startups, die arbeiten im Rahmen der Nutriktion für Cachorro und Gato. Wir haben eine der wichtigsten Unternehmen in Brasilien, die es die TIB. Ich arbeite mit der Toffi, eine Technologie, mit telefonnischen Telefonnissen, mit carregern. Die Welt für den 19-maligen Nationalspieler ist in Ordnung. Seine Wünsche beschränken sich auf das Essenzielle. Ich denke, das wichtigste ist, die Gesundheit zu haben. Das kann alles. Ich denke, dass man eine Familie, die Freunde, die Nachrichten zu haben, man kann jeden Tag leben. Das ist für mich kein Preis. Genau wie seine Erinnerungen an seine zahlreichen Sternstunden bei Borussia Dortmund und die Art, wie er dafür gefeiert wurde. Es ist es ein Herzig ist, für mich. Das war ein Herzig ist, das war liebend für mich. Das war ein Herzig ist, das war eine gute Sorgte für mich. Belissimo, belissimo, belissimo.